Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich komm gleich. Was ist das denn gewesen gerade? Wie jung ist er denn? Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Ich bin jetzt. Achso, ja, Olli, ich würde gerne Regeln aufstellen, dass wir keine Kisten mehr abschließen dürfen. Oh nein, guck mal, im alten Haus sind auch noch alle abgeschlossen, da hast du noch Tierhaut, das wäre echt nicht. Im alten Haus sind die Zolltriebe abgeschossen. Da haben wir noch ganz viel Tierhaut, weil ich würde gerne für jeden mit Tierhaut das du machen wie langweilig ist. Und Olli, ähm, ich mach jetzt weiter die Staffel noch ein bisschen. Auf der einen Seite habe ich schon irgendwie zwei Spuren erweitert. Ja, wir schaffen jetzt aus den beiden mit mir. Das ist ein Bunker. Ahem. wie geht es? wie geht es? wie geht es? Oh Mann, das ist so gut in der Artikel, das ist so gut in der Artikel. Hey, da ist noch ein Fischer in deinem Case, Blondie. ich lege ich lege so lange wir noch keine drei mal haben in deinem raum meinen schlafsack das ist ja da haben wir die Der Lange Oh, dieses Heid ist kaum so stumpf Ja Doch Wenn man setzt anstrengend Und würde Oli der Liebe Aldi nicht jeden Alle zwei Sekunden für fünf Stunden weggehen Oli was den Stopp setzen Was den Stopp setzen Was den Stopp Vielen Dank.